Die IHK St. Gallen-Appenzell ist der bedeutendste, branchenübergreifende Wirtschaftsverband der Ostschweiz. Stark im Vermetzen, einflussreich in der Politik, führend im Export. Mit Sitz im Herzen der Stadt St. Gallen fühlt die IHK den Puls der Wirtschaft und fördert mit ihren vielseitigen Dienstleistungen die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Ostschweizer Unternehmen. Stark im Vernetzen, interessiert Sie der Kontakt mit Personen, die ebenfalls unternehmerisch tätig sind? Bei uns treffen Sie die richtigen Leute. Führungspersönlichkeiten aus über 1400 Mitgliedunternehmen bieten ein starkes IHK-Netzwerk. Dabei kommt es bei uns nicht auf die Größe an. Rund ein Drittel der IHK-Mitgliedunternehmen beschäftigen weniger als fünf Mitarbeitende. Beliebter Treffpunkt sind unsere gut besuchten Veranstaltungen, wo Kontakte geknüpft werden und neue Geschäftsbeziehungen entstehen. Vom Konjunkturforum in der Olmenhalle mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern über das jährliche IHK-Symposium an der Universität St. Gallen bis hin zum Business Lunch im kleinen Rahmen. Bei uns findet jeder eine Veranstaltung, die sein Interesse weckt. Dabei stehen natürlich die IHK-Mitglieder im Mittelpunkt, die sich auch aktiv einbringen und mitdiskutieren. Traditionell findet ein Abbruch statt nach jeder IHK-Veranstaltung und somit macht natürlich das Netzwerk noch mehr Spass. Einflussreich in der Politik Damit sich die Ostschweizer Wirtschaft positiv entwickeln kann, müssen die Voraussetzungen stimmen. Die IHK setzt sich mit ihrer engagierten Wirtschaftspolitik für liberale und marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen ein und fördert so die Wettbewerbsfähigkeit der Ostschweizer Unternehmen. Bei wirtschaftspolitischen Herausforderungen beziehen wir Position und schlagen eigene Lösungen vor, wie das sozialpolitische Drei-Säulen-Konzept oder den Tempotarif. Mit unserer starken Stimme verschaffen wir uns Gehör in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Eins ist klar, wer nicht politisiert, wird mit dem Wert politisiert. Und das gilt auch für die Wirtschaft. Und darum setzt sich die IHK bei den Regierungen, den Parlamenten, den Verwaltungen, den Parteien, aber auch bei Institutionen wie Hochschulen oder Universitäten für die Interessen der Ostschweizer Unternehmen ein. Wir geben in ihren Anliegen eine starke politische Stimme. Führend im Export Die IHK ist die erste Adresse für sämtliche Fragen zur Aussenhandelstätigkeit. Zu unserem Tagesgeschäft gehören exklusive Exportdienstleistungen wie die Kontaktvermittlung in Zielmärkten, die Exportberatung und Schulung sowie die Ausstellung und Beglaubigung der zur Ausfuhr von Waren benötigten Dokumente. Wenn Sie das wünschen, führen wir gerne auch exakt auf Ihr Unternehmen abgestimmte Schulungen über die Formalitäten des internationalen Handels durch. Das Exportschäft ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und vor allem für die KMU ist es sehr schwer, den Überblick zu behalten, was Sie jetzt genau machen müssen, welche Exportformalitäten zu erfüllen sind, welche Importvorschriften zu beachten sind. Und wir als IHK beraten Firmen bei der ganzen Abwicklung von Exportgeschäften und natürlich Mitgliedfirmen der IHK können auch von Spezialkonditionen profitieren. Unser Wissen und unsere Erfahrung geben wir Ihnen gerne weiter. Als IHK-Mitglied erhalten Sie viermal im Jahr die Verbandszeitschrift Inform. Wer und was in der Ostschweizer Wirtschafts- und Polizszene interessiert, findet im Hochglanzmagazin Platz. Selbstverständlich ist die IHK auch online präsent. Egal ob Xing, Facebook oder Twitter, auf unseren Social Medias bieten wir unseren Mitgliedern eine zusätzliche Plattform für den Meinungsaustausch. Und wenn Sie das Bewegtbild bevorzugen, auf unserem eigenen Web-TV-Kanal www.ihk-tv.ch werden regelmäßig Beiträge zu Politik und Wirtschaft in der Ostschweiz ausgestrahlt. Die IHK St. Gallen-Appenzell ist Ihr kompetenter Partner. Stark im Vernetzen, einflussreich in der Politik, führend im Export. Wir freuen uns, Sie im bedeutendsten Ostschweizer Wirtschaftsverband willkommen zu heißen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017